Flux FM in digitaler Gesellschaft. Umgefälschte Nachrichten, sogenannte Fake News, geht es heute bei uns. Die verbreiten sich in Windeseile über die sozialen Netzwerke, hetzen Menschen gegen etablierte Parteien auf, machen Stimmung gegen Flüchtlinge und könnten im September 2017 vielleicht sogar die Bundestagswahl mitentscheiden. Davon jedenfalls sind viele politisch Verantwortliche in Berlin und Brüssel überzeugt. Schon werden Rufe laut nach einer Verschärfung des Strafrechts und einem härteren Durchgreifen gegen soziale Netzwerke, wie zum Beispiel Facebook. Ob Fake News tatsächlich so ein Problem darstellen, was für eine Rolle soziale Netzwerke in diesem Zusammenhang spielen und welche Gegenmaßnahmen wirklich sinnvoll sind, das besprechen wir jetzt mit Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Ich grüße dich. Hallo. Ja, vielleicht schaffen wir erstmal kurz begriffliche Klarheit. Was ist mit dem Begriff Fake News eigentlich ganz genau gemeint? Ja, das ist ein bisschen kompliziert zu sagen, weil eigentlich werden da ganz viele Dinge miteinander vermischt. Also es gibt zum einen so eine Art Propaganda-Fake News, also wo wirklich versucht wird, auch auf die Meinungsfindung, Meinungsbildung mit einzuwirken, politischen Gegner in irgendeiner Art und Weise anzugreifen oder vielleicht sogar auf Wahlen einzuwirken. Dann gibt es so eine Art, so was wie Clickbait-Fake News. Also da geht es einfach nur darum, falsche Nachrichten zu verbreiten, dass möglichst viele Leute dann da draufklicken und auf den Seiten gibt es dann Werbungen darüber, für die dann eben ihr Geld. Also sie haben einfach ein reines kommerzielles Interesse und verbreiten dann eben falsche Nachrichten. Dann gibt es so die ganz klassische Fake News oder Falschmeldung. Das ist einfach schlecht recherchierte Nachrichten, also wo jemand einfach falsche Zahlen schreibt oder weil er einfach schlecht recherchiert hat, dann irgendwelchen Käse verzapft. Und dann gibt es natürlich so was wie Satire. Und das ist natürlich auch etwas, was sehr wichtig ist, also wo es halt auch eben satirisch sich mit aktuellen Begebenheiten zum Beispiel auseinandergesetzt wird, was sehr wichtig ist auch für unsere Debattenkultur, für unsere Demokratie oder sowas wie auch der 1. April, so April-Scherze im Fernsehen, Radio oder Zeitung oder ähnliches. Also es gibt eine ganze Bandbreite von solchen Fake News und deswegen muss man immer genau schauen, worüber man jetzt eigentlich im konkreten Fall redet und was da eigentlich auch jeweils das entsprechende Problem ist. Das, was jetzt in der Debatte hauptsächlich so als Fake News bezeichnet wird, ist eben dann entweder sowas wie Diffamierung oder Aufruf eben auch zu Gewalt, Straftaten oder ähnliches oder dann eben diese Propaganda. Und das ist eigentlich der Kern dessen, womit die Leute jetzt ein Problem haben. Und da muss man aber eben immer aufpassen, dass wenn man dort reguliert, dass man dann eben nicht sowas wie zum Beispiel Satire auch miterwischt, weil das kann ja eben nicht das Ziel sein. Wir hatten ja eingangs schon ein bisschen so auch die Beeinflussung vielleicht sogar von der Bundestagswahl gesprochen. Also warum ist die Politik in Berlin, aber auch Brüssel so besorgt über dieses Phänomen Fake News? Also man hat jetzt im US-Wahlkampf gesehen, dass da extrem viele solcher Fake News verbreitet wurden. Insbesondere am Ende des Wahlkampfs waren sehr, sehr viele Nachrichten unterwegs in diesem Bereich. Und da gibt es Vermutungen, dass das auch Auswirkungen auf die Wahl an sich gehabt hat. Beweise gibt es dafür nicht. Das Einzige, was wir wirklich wissen, ist, dass Leute solche Fake News lesen. Aber was dann daraus abzuleiten ist, das bleibt erstmal offen. Also ob da jetzt irgendeine Wahlentscheidung getroffen wird, das kann zumindest erstmal in Frage gestellt werden. Aber diese Fake News sind eben unterwegs und sie verbreiten sich sehr, sehr schnell über das Internet. Sie werden millionenfach teilweise geteilt. Und es gibt eben sehr viele Leute, die das dann auch tatsächlich glauben, was da steht. Und das ist natürlich tatsächlich ein Problem, wenn Leute so einen Quatsch dann glauben. Und wenn das dann natürlich Einzug in Debatten erhält, dann ist es natürlich problematisch, wenn dann eben solche falschen Fakten in irgendeiner Art und Weise Einzug in eine faktenbasierte Debatte eigentlich erhalten. Ja, und dann in so einer schnelllebigen Zeit, wo man nur kurz klickt, Schlagzeile liest und schon weiter es sich gar nicht reingelesen hat. Und das bleibt dann so kleben. Das ist natürlich die Gefahr in der digitalen Welt. Manche Politiker, zum Beispiel Stefan Mayer von der CSU oder auch Martin Schulz von der SPD, haben ja schon gefordert, einen eigenen Straftatbestand für die Verbreitung von Fake News zu schaffen. Ist sowas sinnvoll? Gibt es da denn eine Strafbarkeitslücke? Ja, das ist halt völliger Unfug, ja. Also weil auch hier haben wir eben wieder das Problem, was soll das sein sollen? Wir werden Satirenachrichten sanktionieren. Das kann ja keiner wollen. Und für das Kernproblem eben sowas wie Diffamierung oder Volksverhetzung oder ähnliches, dafür haben wir ja schon geltendes Recht. Und das wird auch durchgesetzt. Und da haben wir auch eben Gerichte, die sowas verurteilen. Und das Problem ist aber eben dann, insbesondere bei der Durchsetzung, wenn es eben zum Beispiel um amerikanische Unternehmen geht, wie sowas wie Facebook oder sowas, dass es hier zum Beispiel in Deutschland nicht wirklich einen Ansprechpartner gibt oder jemand eine Niederlassung oder ähnliches, wo man sich hinwenden kann mit dem Gerichtsbeschluss und sagen kann, ihr müsst jetzt diese Nachricht zum Beispiel löschen. Das ist das Problem. Und das ist eher ein Problem der Rechtsdurchsetzung. Aber das geltende Recht, was wir haben, deckt eigentlich alles ab in dem Bereich. Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt mit Falschmeldungen ganz neu konfrontiert sind mit diesem Phänomen. Also sowas gab es schon immer. Die Regenbogenpresse ist ja jetzt auch nichts, was von Seriosität geprägt ist. Also auch dort werden ja regelmäßig irgendwelche Unfugsnachrichten verbreitet. Und Leute wissen aber auch damit, wie sie damit umgehen sollen. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass Leute einfach lernen müssen, dass auch im Internet nicht alles wahr ist. Und dass sie da einfach auch ein bisschen schauen müssen, eben ob jetzt solche Nachrichten dann wahr sind oder nicht. Aber das in irgendeiner Art und Weise zu sanktionieren. Vor allen Dingen das Verbreiten von solchen Fake News. Also wenn ich jetzt auf Facebook gehe und dann so einen Quatsch lese und das verbreite, soll ich dann dafür bestraft werden, weil ich etwas geshared habe? Also das ist ja ein völlig idiotischer Vorschlag, der da gemacht wird. Genau, also gegen wen geht man härter vor? Bundesjustizminister Heiko Maas hat ja immer wieder ein hartes Vorgehen angekündigt gegen Facebook. Was meint er eigentlich damit eigentlich hartes Vorgehen? Das ist uns auch ein bisschen fraglich, ehrlich gesagt, weil er immer genau solche relativ inhaltsleeren Sätze von sich gibt. Er hat dann auch irgendwie so eine Taskforce gegründet mit Facebook und ist auch ständig im Kontakt mit Facebook und hat jetzt irgendwie Facebook als seinen persönlichen, weiß ich nicht, Feind oder so identifiziert oder dort, wo man unbedingt was machen muss. Aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt diese Fake News ausschließlich auf Facebook geteilt werden. Es gibt auch noch andere soziale Netzwerke. Die meisten Fake News finden sich, glaube ich, sogar auf Reddit und noch nicht mal auf Facebook. Dann gibt es noch Twitter und hunderttausend verschiedene Netzwerke und Seiten, wo sowas eben verbreitet wird. Also es ist kein Facebook-spezifisches Problem. Dort findet das natürlich auch statt, auch in einem sehr großen Ausmaß. Und natürlich muss man Facebook auch ein Stück weit in die Pflicht nehmen, dass wenn eben zum Beispiel so eine Aufforderung vom Gericht kommt, eine bestimmte Nachricht zu löschen, dass das dann auch umgehend getan wird. Und hier gibt es tatsächlich ein Problem, aber das ist eben auch wieder kein Facebook-spezifisches Problem, sondern generell ein Problem von Unternehmen, die eben jetzt nicht aus Europa oder aus Deutschland kommen und hier eben ihre Dienste auf dem Markt anbieten, dass sie einfach schwer zu erreichen sind. Also deswegen ist es halt wichtig, dass man zum Beispiel eben einen Repräsentanten oder eben irgendwie einen Kontakt zur Verfügung stellt, einen Kontaktpunkt oder ähnliches, wo man eben sagen kann, okay, hier kann ich hingehen, kann sagen, das ist der Beschluss vom Gericht, der müsste die Nachricht löschen. Und wenn jetzt zum Beispiel nicht innerhalb von 24 Stunden diese Nachricht gelöscht wird, dann gibt es Sanktionen. Und das ist aber jetzt eben kein Facebook-spezifisches Problem, sondern das muss einfach ganz generell gelten. Was schlagt ihr denn vor vom Verein Digitale Gesellschaft, um diese Verbreitung von Fake News einzudämmen? Von Facebook. Von Facebook, ja. Ja, wie kann man diese Fake News eindämmen? Wie kann man als User damit umgehen? Also gibt es da schon Ansätze, an die man anknüpfen kann oder die man ausbauen könnte? Also das eine ist eben auf der rechtlichen Seite, dass man eben so eine Figur installieren muss, mit der man dann kommuniziert. Und dass es dann eben auch in dem zweiten Schritt natürlich Sanktionen gibt, wenn jetzt eben nicht innerhalb von einer bestimmten Frist diese Nachricht dann tatsächlich auch gelöscht wird. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, 24 Stunden für so ein Unternehmen wie Facebook ist absolut machbar. Auf der anderen Seite sind natürlich auch die Internetnutzer selbst aufgerufen, sich mit solchen Nachrichten mehr auseinanderzusetzen. Wie ich es schon vorhin gesagt hatte, also sowas wie, ich glaube, die wenigsten nehmen jetzt alles ernst, was in der Bunten steht zum Beispiel, um nur eine dieser Zeitungen zu nennen. Und genauso müssen die Leute halt einfach im Internet, wenn sie irgendeine Nachricht lesen, das Ganze nochmal überprüfen. Und hier einfach nochmal so ein Doublecheck machen, einfach nochmal googeln, stimmt das tatsächlich? Auch vielleicht nochmal auf eine seriöse Seite gucken, die Zahlen nochmal recherchieren. Vielleicht sich auch grundsätzlich erstmal damit auseinandersetzen, auf was für einer Seite jetzt überhaupt diese Nachrichten hier publiziert werden. Also wer steht da im Impressum? Was sind das für Figuren, die hier überhaupt diese Nachrichten verbreiten? Was haben die für ein Interesse? Daraus kann man auch schon die ein oder andere Ableitung machen. Und ja, also nicht einfach alles ernst nehmen, was im Internet steht. Da gehört eben eine gewisse Medienkompetenz dazu, die muss man einfach erwerben. Und dann kann man auch mit solchen Fake News viel besser umgehen. Also ich zum Beispiel lese mir auch immer gerne mal solche Fake News durch, aber eher aus Unterhaltungsgründen. Also ich finde das einfach unterhaltsam, lache mich dann kaputt und dann ist wieder gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann zum Beispiel meine Wahlentscheidung aufgrund dieser Fake News irgendwo ausrichte. Also wenn man das eben als Satire oder eben als Unterhaltung wahrnimmt, ist das völlig in Ordnung. Und dann kann man das, finde ich, auch teilen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Man muss eben das Ganze nur einordnen können. Und das ist das Entscheidende, dass wir hier eben Internetnutzer befähigen, dass wir das auch können. Und ich denke, unsere Hörerschaft ist da schon ganz weit vorne. Aber gut, dass wir trotzdem mal drüber gesprochen haben, über Fake News. Was ist das eigentlich genau? Und ist das wirklich so gefährlich? Darüber hat Alexander Sander berichtet vom Verein Digitale Gesellschaft. Findet man euch natürlich auch im Netz mit all diesen Themen, die man immer wieder nachlesen kann. Ihr klärt auf und bringt uns da auf den neuesten Stand. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Und danke, Alex. Bis dann. Gerne. Ciao. Flux FM In digitaler Gesellschaft